Ich bin bereit, ich flieg hier so unnötig rum. Ich geh mal durch unseren Tunnel. Ist der Lucky bereit? Also Lucky ist generell meistens bereit aber ich frage jetzt trotzdem mal. Oh, das Endportal ist abgesperrt, wir kommen nicht rein. Corona. Letzter Blick, jo, ich hab alles, dann gehen wir Lobby. Der Westen kann sich bereit machen, er will die ganze Zeit den Westen. Ich flieg extra nach Westen. Irgendwann werde ich einfach so mega scheiße sein und sagen, hey, weißt du was, ich bezahl die Endrunden, aber ich will das Ei, die XP und den Westen. Oh, der Horst, hallo. Hallo, Horst, steht Opie. Hallo. Ja, gehen wir, ich kann schon mal richten. Ist der jetzt ins End? Rückwärts. Rückwärts ins End? Ja, der ist im End jetzt. Er wollte irgendwas machen, wollte. Ich sehe mich jetzt verspätet im Stream. Ah, da ist er wieder. Ist wieder zurück. Ist da was kaputt? So, er macht die Dings weg. Ja, ist ja kein Ding, also. So dick sind wir jetzt auch nicht, dass wir nicht durchgepasst hätten. Nee, stimmt, ja, also so dick sind wir wirklich nicht. Ich hätte mich einfach gebügt und wäre, das mache ich immer so bei Absperrbänden, dann gehe ich einfach unten durch. Generell. Wo ist denn der Lucky? Ist der schon in der Lobby? Ja. Okay. Stunts. Oh, ist in. So, mit der letzten Kram. Weißt du, eine Sache habe ich noch mal bei mir im Weg, ne? Für mein Grundstück. Da musst du noch Quarzstufen produzieren. Einen Wunsch muss ich noch machen, damit er nicht fertig ist bei mir. Okay. Und dann, dann machen wir die Tiger. Hä, wieso kann ich jetzt? Ah, doch. Haben. Tiger Storm. Haben wir auch einen geiler Admin-Rand, oder? Oh, was. Ich habe ja. Der Darts. Oh, da muss ich bloß bestimmt noch... Oh, da muss ich noch ein Spike machen. 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 Das dauert noch. Jetzt noch den Lucky und dann... Also... Irgendwer hat geschrieben. Ich habe ja auch noch mit, der Deathcrafter. Nee. Der kommt nicht mit, okay. Äh. Morgen können wir ins End. End. Da habe ich lange genug Zeit. Okay, ich merke es mir, Jay. Ah, so. Ja, Moin. Seid ihr bereit? Ist der Lucky bereit? Oh, nee. Hat er doch geschrieben, er ist bereit. Okay, perfekt. Dann gehen wir einfach rein, oder? Ja. Ich bin freut. 3, 2, 1, tschüss. So. So, jetzt bitte nicht sterben, Tiger. Danke. Man. Liegt es nicht am Ressourcen-Spotten. Ah, hast du es immer noch? Scheiße. Ja. Nur hier. Hä? Ob du noch lebst? Ja, du bugst immer noch da. Hm. Jetzt bist du draußen. Perfekt. Das ist echt blöd bei dir. Keine Ahnung, warum, dass du das immer hast. Ah, da ist der Dart schon dran. Ich wollte, äh, komm schon. Kaputt. Oder doch nicht. Habst du, Windy? Ja. Woll. Also, zwei Wünsche brauche ich noch, bis mein Admin, also bis ich mit meinem Malzplot glücklich bin. Okay. Äh, also einmal ist er mit den Quarzstufen und mit dem einen Pfeiler, dann muss er dann noch mal was ändern. Und, ja, dann ist der letzte Wunsch, äh, ich muss halt noch mal was an den Köpfen da auf den Schalkers ändern. Ah, aber mir ist doch mega laut. Haha. Ja. Warte, ich muss mal... ...bisten runterstellen. Einfach zulaufen. Ist das Tier hier. ...stirb. ...stirb. Oh, voll einer pücklich. Und down. Perfekt. Ja, gerne. Komm zu mir, liebe XP. Speak, speak, speak. Ding. Der Lucky Boy, der fliegt schon wieder da durch. Haha. Das wäre mir immer ein bisschen zu risky. Obwohl, ein Dings ist genauso risky in, äh, in der Perle, du weißt ja auch nie, wo die rausgeht. Weiß ich mal, ne? Ja, ist so. Ja, gut, da oben einfach... Ich bin drüber, gell, Tiger? Achso, ich hab jetzt Lucky Boy, wo ich wusste jetzt zuerst durch. Ich hab Lucky Boy in die Perle dann. Ja, ich immer. Kannst du auch einen Flug annehmen? Hä? Ein Flug, ja. In der Süden. Danke. Süden, du? Dann mach ich erst Westen, oder? Dann mach ich Osten. Westen ist Lucky. Dann mach ich Osten oder so. Süd-Osten? Bist du jetzt nicht nach Westen geflogen? Nee, Osten. Westen ist Lucky. Ich hab gewendet. Ach, das war... Ach, so. Ich wollte schon sagen, wer ist mit dem Lacken oder so? Oh, Süden ist eine. Oh, ich hab eine... Mit Schiff. Nee, ich bin Westen. Ich bin Westen gegangen. Nee, ah, ich hab... Nee, ah, ich hab... Ja, den Sattel müsste ich eigentlich nicht mitnehmen, hä? Ja, ja, schon Reparaturschuhe, hä? Nö, doch. Aber mit Fluch, du es verschwimmst. So. Ja, so ein kleiner Tower, wo nix dran ist. Weiter. Ah, okay. Okay. Weiter geht's. Irgendwie muss ich meine Blöcke und so ein bisschen besser sortieren. Ich komme mir ja nicht klar. Nee, oh, erwischt. Was wäre der Drachenkopf weg gewesen? Oh, auch was gefunden. Aber ohne Buschiff, leider. Ah. Wo gehen wir dann? Zuerst da oben. Zuerst, immer zuerst oben. Ah, noch nichts Spezielles hier. Auch noch nix so tolles. Oh. Nee, da ist sicher nix drin. Da ist sicher auch nix drin. Eher da, oder? Da müsste man mal rein gucken. So, das habe ich gerne. Dat, 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 dat. Und alle sind die EC. Okay. Also auf jeden Fall aus Eisen, also erster Reparaturteil. Sonst noch gar nix. Okay. Ich habe Reparaturschuhe gehabt. Na ja, auch aus Eisen nur. Hier hat es nix. Hier hat es auch nichts. Hm. Wo kannst du denn noch was haben? War ich da hinten schon? Ja, da war ich schon, oder? Nee, doch von oben. Da war ich von oben schon drin. Ja gut, dann gehen wir weiter. Weiter Richtung Osten. Ja, pack in den Ofen, kommt. Oh, meine Fresse. Schau, da hinten eine. Hier. Oder? Ja, das ist ne neue. Perfekt. Ja, ich kann die Sättel schon in die Öfen packen. Aber ich brauche gar nicht so viel Leder. Aber ja, stimmt schon. Wenn ich Platz habe, mitnehmen, gell? Eigentlich schon so. Oh, ne Reparatur. Ja gut, Flucht des Verschwindens. Was? Flucht der Binder oder Flucht des Verschwinden? Verschwinden, ne Picke mit Reparatur. Kann ich zwar belasten. Weiter geht's. Ich habe schon meine zweite Festung, also bei mir läuft. Ich bin nur noch bei der ersten. Ich habe jetzt schon drei gefunden, aber eine war überhaupt dran. Hat jemand einen Typer? Oh ne, man. Das ist echt ein ewiger Fluch. Kann man das nicht einfach einbauen hier? Eine Anzeige, wie lange das noch geht. Das kannst du echt gut vorschlagen. Das ist, glaube ich, nicht viel Aufwand. Ja, oder einfach mindestens so die letzten fünf Minuten oder so. Hey, letzte fünf Minuten. Das würde schon reichen. Einfach ein Timer wäre geil. Das könnt ihr dir eigentlich im Chat anzeigen. Ja, ich wollte schon sagen, das wird, glaube ich, nicht viel Programmierungsarbeiten. Ja, oder einfach nur alle fünf Minuten oder so. Das würde ja reichen. Ich brauche nicht jede Minute angezeigt. Weil jetzt so läuft das sowieso im Hintergrund ein Timer. Ja, eigentlich schon, ja. Wenn du so rausgeschmissen willst. Eigentlich schon, ja. Dann wirst du ja nicht nach 20 Minuten rausgehauen werden. Wäh. 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 Wäh, Wäh, Wäh. Hat hier nichts mehr drin. Und da gehe ich weiter. Nee, da hat's nichts. Dann gehen wir weiter. Ach, Osten wieder. Also, Osten läuft heute. Da hat Lucky Pech. Ich habe die bessere Flugrichtung erwischt. Haha. Du weißt ja gar nicht, du weißt ja nicht, was Lucky alles passiert hat, oder? Stimmt, ja. Ja, der Lucky, der hat sowieso mal Lucky. Hat seinen Namen nicht, Ulm? Oh, nichts, nichts. Oh, du tust mir leid. Glaube ich dir nicht. Wir haben alle kurz mitgebracht. Der guckt ja an mit 30 Sachen. 30 Reparatursachen. Ich war auch schon drin, hab einfach alles eingesammelt, gar nicht so genau geschaut und dachte so, hm, das war ein schlechter Mann. Das ist Spaß. Ja, Spaß. Oh, schon wieder eine Festung. Oh, mit Schiff. Ach du Scheiße. Heute läuft es echt gut. Wir haben ja gesagt, es wird ein Profi-Run. Dementsprechend haben wir das End eingestellt auf Profi. Da kommt jetzt alle zwei Sekunden eine Endfestung. Toll, dann kommen wir. Also, an zwei konnte ich vorbei. Jo, komm auf die nächste. Neue. Nicht zwei Meter weiter Dreck. Das ist genau die identische. Ja, von mir her auch. Das ist echt heftig heute. Ne, das geht ja nicht. Oh, ich hab den Drachenkopf. Haha. Geil. Aber. Sehr selten. Nicht heute. Heute fliege ich nur mit Elytra, nicht mit Flugkraft. Okay, jetzt fliege ich es noch mal. So, jetzt. Upsi. Ne, das war, ah, ich wollte noch die, komm schon, ich muss da noch mal rein. Ich wollte noch ein bisschen was in meine EC legen, komm, das genau so, genau so wollte ich das. Ihr könnt mich gerne abschießen, aber ich muss trotzdem was, oh, ich habe meine Beacon Rüstung irgendwo hingetan, uch, nur das Oberteil, oder? Ja, ich glaube es ist hier drin oder so, naja, egal, ich hoffe ich habe es dabei. Wer ist sonst doof? Ja, wenn es weg wäre. Ne, das muss schon irgendwo sein. Da unten hat es eh auch nichts mehr drin, oder? Von dem bin ich noch nicht mal, ich habe zwei, drei Raketen benutzt. Ja, krass. Das ist echt krass. Äh, Osten, in die Richtung. Warum nimmst du die Ender nicht mit, kannst doch im Shop verkaufen. Die Ender? Ah, die, äh, die EC oder was? Ich habe gar keine Behutsamkeit dabei. Ich nehme die nie mit. Ich nehme nur die Behutsamkeit. Ja, stimmt eigentlich. Du willst was anderes mitnehmen? Noch sieben Minuten, schreibt CJ. Danke dir. Wir sind schon bei 13.000. Ich habe schon wieder eine Festung, was läuft heute? Geil! Aber das ist dieses Mal ohne Schiff, oder? Ja. Ohne Schiffchen. Ja, jetzt willst du mich einfach noch abschießen. Ist aber gemein. Hier hat es nichts drin. Gehen wir noch hier schauen. Doch, hier hat es nichts drin. Ne, ah, ich hasse euch einfach so richtig. Ich hasse euch. Ich wollte noch an meine EC, jetzt kann ich es nicht machen, wegen diesen... Wo du fliegen bist. Ja, sie treffen es immer so, dass ich wieder durchs Loch hoch rausfliege. Da komme ich ja nicht mehr an die blöde EC ran. Oh, das war ein bisschen, ein bisschen doof, ne? Ja, toll. Hier hat es gar nichts drin. Da gehen wir halt weiter. Ich hätte zwar gerne noch die Schalker hier... Ja, danke. Gehen wir weiter nach Osten. Osten ist ne gute Richtung. Finde ich sehr, sehr nice. Und ich bin erst bei 3800 Blöcken. Ich bin bei 1200, was soll ich denn sagen? Ach, krass. Ja gut, du machst alle Schalker, oder was? Das sind riesen Towers. Ich habe schon... Meine Schalker Kiste ist voll, mein Inventar ist gleich auch voll. Oh. Das sieht hier schon grob aus. Das ist verschwunden, das wird schon da gelassen und so. Also klar, Schalker, wenn sie jetzt gut sitzen... Ja, boah, jetzt finde ich wieder... Willst du mich doch triggern, ey? Ja, wieder ne Festung. Mit Schiff. Hey, heute ist heftig gut. Ich glaube, das ist der beste Run, den ich je hatte. Von der Anzahl her, von den Shiften und so. Schon heftig. Ah, weiter geht's. Ich brauche noch Drachenköpfe. Ach, wieso denn? Muss ich jetzt echt? Ist das wirklich nötig? Upsi. Jetzt ist mein Drachenkopf in die Tiefe gefallen. Oh, dich könnte man noch einmal töten. Nimmst du den Leute gratis mit ins End und dann wird man noch undankbar beleidigt. Eigentlich wollte ich schlecht über euch zwei reden, aber jetzt habe ich es mir langsam anders überlegt, wenn ihr das weiter so tut. Wirklich schade. Was denn? Du bist jetzt schon wieder, oder? Ja, ich wurde gerade per MSG beleidigt. Komm schon, lass mich runter. Also wir können das auch gerne im Support klären. Ja, ja, sonst müssen wir das dann mal. Kannst ruhig weitermachen hier und mich die ganze Zeit beleidigen, aber du sammelst nur selber für dich Beweise. Da sind sie sich aber bewusst. Ja, ja, ist so. Ja, dass es solche Leute gibt, die einfach Armor Stents von anderen Leuten abbauen und das Zeugs klauen. Nachher so tun, als wüssten sie nichts und nachher so tun, als ich weiß nicht warum, dass ich das gemacht habe. Dabei weiß man genau warum, dass du das gemacht hast. Wolltest du einfach den Staff? Komm schon, eine Festung wäre jetzt noch super nein. 2 Minuten noch. Komm schon mal eine dritte. CJ macht uns den Timer, perfekt. Ist mega lieb von dir. Danke CJ. Das war ein Moderator, he? Das macht 2 Mark 50. Ja, kriegst du eine Schalko-Schale oder so? 2 Mark 50, das kriegen wir schon bezahlt. Gerade so. Ah, das ist der Stundenlohn, oder CJ? Pro Meldung, die er macht, 2 Mark 50. Jetzt spammt er die ganze Zeit rein. 2 Minuten 30, 2 Minuten 20, 2 Minuten... Eine Minute nur noch. Ich brauche noch was. Komm schon. Weißt du, eigentlich war der Run so richtig gut, aber ich bin undankbar und will noch mehr. Oh, ein Schiff! Jetzt spamm ich noch die Raketen rein. Ja, komm schon. Ach, komm schon. Ja, 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 ja. Ne, da ist nichts. Oh, ne, auch nicht. 30 Sekunden noch. Oh, mal schauen, was ich da noch schaffe. Okay. Ne, da ist nichts drin. Da könnte noch was drin sein. Oh, oh! Ah! Sterbe ich dann am Schluss noch. Da ist nichts drin. Und da ist auch nichts drin. Okay. Dann war es das für mich. Ich hole mir jetzt noch die zwei Jungs. Ah, CJ war ziemlich genau. Krass. Ja. Mist. Aber gut, danke. Jo. Danke. Der Run hat echt Spass gemacht. Mist. Das heißt, Lucky Ball war auch gerade ganz kurz vor irgendwas noch mitzunehmen. Ja, stimmt. Ja, wobei, ich habe das Schiff gerade noch gelootet, aber eigentlich hat es da nichts wirklich wertvolles. Es sind ja auch drin, so eine Hacke ohne irgendwas. Nur fünf Repsachen. Ja, ich habe, glaube ich, auch nicht viele Repsachen. Also, es hat mega viel Zeugs. Aber ganz wenig Repsachen, soviel ich gesehen habe. Ah, meine Blütenrüstung ist da. Wie soll man denn da hochkommen? Ja, fliegen. Für etwas habe ich ja den Rang. Also, mal schauen, was ich so reparaturmässig bekommen habe. Da, Schuhe. Schuhe. Eine Picke und Schuhe. Das war es, glaube ich, schon, ne? Ja. Aber ich hatte ja noch hier ein bisschen was. Oh, nochmal Schuhchen mit Reparatur. Behutzung keins Picke. Ich habe schon viele Teile mit Reparatur jetzt raus. Also, sehe ich sie. Was, du? Oh, reines Reparatur. Ungeschlecht. Was, du hast ja richtig abgesahnt, hä? Ich habe recht nicht abgesahnt. Ist ja unfair. Ich gönn dir das nicht. Wenn ich dein Drachenei behalten will. Ja, das wäre extrem unfair. Hallo, Che. Ich werde hier gehauen. So. Bis zum nächsten Mal.